Der Heli hat sich zu einer Diamantenmine in Sibirien gebracht. Wir haben eine Chance, den Präsidenten zu schnappen, bevor er die Stab kurz preisgibt und Makarov Europa zerlegt. Sobald wir am Boden sind, wird's da unten ungemütlich. Hoffentlich kannst du mithalten, alter Mann. Die Amis wird immer den Ruhm einstreichen, daher halte ich mit Juri die Nachbarn in Schach, während ihr die Geiseln sichert. Okay, seid vorsichtig, Jungs. Niemand mag eine tote Geisel. Wie ist die Lage, Boss? Alle sind Feinde. Ein wahres Wort. Ich weiß es aber nicht genau. Und danach ist Modern Warfare vorbei. Es gibt kein Modern Warfare 4. Ja, egal. Ich hab noch irgendwo im Regal Call of Duty Ghosts, glaube ich, rumliegen. Glaube ich. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Oh, das geht nicht mehr. Okay. Kommt ihr denn auf einmal alle her? Ja, ihr schießt Budenfiguren. Das ist mal eine Zweitwaffe. Das ist eine doofe Waffe. Ich gehe akkurat mal mit... Ne, Stand-Man mache ich nicht. Obwohl, da ist auch Captain Price. Also von daher... ! Wo ist es? Die sehen mich nicht. Oder sie wollten mich einfach nur nicht sehen. Doch jetzt sehen sie mich. Was wäre ich? Wäre ich mal dahin? Achso, wie ist es denn so schnell dahin gekommen? Oh, Kettensäge. Oder weniger. Ja, mach mal auf. Schubidubi, Schubiduba, ich hab nichts zu tun. Und kalala. Okay. Rechts gesichert, links gesichert. Ey, ich will mein Nachtsichtgericht wieder haben. Äh, Nachtsichtgerät, nicht Nachtsichtgericht. Ich laufe einfach mal im Sand liegen hier hinterher. Wo ist er denn? Da. Oh, Spielzeug. Ne, Auto drehen. Bäh. Oberlood, hier ist Sandman. Wir sind unten in der Mine. Wir brauchen Luftunterstützung. Oh, ja. Bestätigt, Sandman. Wir schicken eine Predator. Wunderbar. Oh, ist das. Grell. Ja, moin. Viel zu klein, das Magazin. Nein, du willst nicht den Helden schnieren. Ja, wo soll ich mich hier abseilen? Ach, leg mich doch mal. Ich springe einfach rüber. Ja, wo soll ich mich hier abseilen? Ach, leg mich doch mal. Ich springe einfach rüber. Handelsüblicher Granatenwerfer. Zack, zack, auf den Sack. Ich weiß, dass der eine Granate geschmissen hat, oder... Naja, wer wollte? Oh, nö. Ohne mich. Macht von dir sie platt. Oh. Hab sie wahrscheinlich gegen ihn geworfen. Er ist mir noch mal vor die Füße getreten. Da, ich hab die Predator-Drohne gerade gehabt. Oh, Mensch, Alter. 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 Boom. Keine Munition. Ich geb euch keine Munition. Treffer! Ich geh voran! Ja toll, das Niya voll in die Buchse. Hm. Aber sie fühlt sich nicht. Ich immer wieder gerne. werd. Ha 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 ha. Glück, tr Frederik, reden los! Verstehung. Hei! Okay, das ist Sandman. Ja, dann benutzen wir die doch mal! Hm, hier ist kein Ziel. Och Mist, ich hab mich schon so drauf gefreut. Jetzt kann ich sie gebrauchen! BAMS! Hehehehe! Schnell wieder weg! Und nochmal! Da fliegen die Leute aber, du meine Fresse! Da oben ist das! Oh nein! Hier ist was los! Uppaluppa! Ach, Nase juckt! Ach, soll ich das sagen? Ja! 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 Jetzt bricht's hier! Oh shit! Ja! Bin schon in Deckung! Ich verstecke mich hinter der Europalele! Ach, ich werfe einfach mal ne Flash! Hallo! Tja! Tja! Sind denn die hin? Ach, hier rein! Okay! Ah! Ist es euch eigentlich aufgefallen, dass es hier drinnen brennt? Moment! Ja! Darf ich erstmal nachladen? So! Und BÄM! Moment! Moment! Es ist die Tochter! Hier ist doch keiner! Metal 01! Wie ist der Status? Haben Sie den Präsidenten gesichert? Ach, die Arme! Oh, die haben sie mit einer Autobatterie gefoltert! Das ist das Mädchen! Wir bereiten ein Evakuierungsteam vor! Suchen Sie weiter nach dem Präsidenten! Sie will etwas sagen! Sie sagen, Ihr Vater wurde tiefer in die Nähe gemacht! Ja, dann holen wir Papi! Hey! Ey Price, nicht in die Granate rennen! Ja, du kriegst auch noch ne Kugel! In... In... Your... Head... Face... Whatever! Okay, ich halte um zu be... Ach, scheiße! Ich muss mich abseilen! Nein! Ich will das nicht! Das ist so tief! Es ist so tief! Ja! Es ist so tief! Ja!